In Shenzhen kassierten die Münchner bei schwülem Wetter im zweiten Test gegen den AC Mailand trotz zehn Stars in der Startaufstellung eine empfindliche Niederlage. Nach Treffern für Milan von Franck Kesey, zweimal Patrick Coutrone und Hakan Chalanoulu hieß es am Ende 0 zu 4. Im ersten Spiel des Champions Cups hatten die Münchner gegen den FC Arsenal nach einem 1 zu 1 nach regulärer Spielzeit mit 2 zu 3 im Elfmeterschießen verloren. Jetzt geht es weiter nach Singapur. Dort warten mit dem FC Chelsea und Inter Mailand bis zum 28. Juli weitere Großkaliber auf die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti.